Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Benennung der Alkane. Alkanmoleküle und auch die Namen der Alkane wirken auf den ersten Blick immer etwas unübersichtlich, aber eigentlich bestehen die Namen nur aus drei Teilen, und zwar dem Präfix, der sagt euch, welche Substituenten es gibt, beziehungsweise welche Seitenketten, dem Stammnamen, der gibt euch an, wie viele Kohlenstoffatome die Hauptkette hat, und dem Suffix, der sagt euch, welche Stoffklasse eigentlich vorliegt, also ein Alkan oder ein Alkohol, der lernt ihr mit der Zeit viele verschiedene kennen. Wie bestimmen wir nun aber den Namen von Alkan? Insgesamt gehen wir nach diesen fünf Schritten vor, und der erste ist, dass wir uns einfach angucken, welche eigentlich die Hauptkette ist, und die müssen wir danach noch benennen. Die Hauptkette ist einfach die längste Kette, wenn wir hier durchzählen, hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kohlenstoffatome, wenn wir hier noch gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Damit ist die Kohlenstoffkette mit sieben Kohlenstoffatomen die längste, also genau diese hier. Um die zu benennen, müsst ihr einfach nur die Alkane auswendig können. Bei sieben Kohlenstoffatomen ist der Name Heptan. Also haben wir schon mal den Stamm Heptan. Hier steckt eigentlich auch schon der Suffix mit drin, an ist nämlich der Suffix für Alkanen. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Alkylgruppen an. Wir haben zwei verschiedene Typen von Alkylgruppen. einmal diese Alkylgruppe mit zwei Kohlenstoffatomen und zwei Alkylgruppen mit jeweils nur einem Kohlenstoffatomen. Mit einem Kohlenstoffatomen heißen diese Alkylgruppen Methyl. Ihr merkt, es kommt von Methan. Es wird nur das An des Alkans durch ein YL ausgetauscht. Damit zeigen wir dann, dass es eine Alkylgruppe ist. Mit zwei Kohlenstoffatomen heißt das Ganze dann Ethyl. Im dritten Schritt müssen wir diese nun alphabetisch ordnen. Das E von Ethyl kommt vor dem M von Methyl. Dementsprechend heißt es erst Ethyl, dann Methyl. Da wir hier jetzt zwei Methylgruppen haben, müssen wir das noch durch das griechische Zahlwort angeben, und zwar durch die. Das schreiben wir einfach direkt vor das Methyl. Auch bei der alphabetischen Ordnung müssen wir bedenken, dass dieses D nicht mitbeachtet wird. Das heißt, dass M zählt. Nun müssen wir die Hauptkette kleinstmöglich nummerieren. Das heißt, wir können ja theoretisch von links und von rechts die Hauptkette durchzählen. Also 1 bis 7 von links nach rechts oder 1 bis 7 von rechts nach links. Dabei suchen wir den, die zählweise, bei der die erste Seitenkette die kleinste Nummer bekommt. Das heißt, wenn wir von links anfangen zu zählen, hätten wir 1, 2, 3, 4. Bei vierter Stelle wäre die Ethylkette. Wenn wir von rechts anfangen würden zu zählen, hätten wir bei 1, 2 an zweiter Stelle schon die Methylkette. Und da 2 kleiner ist als 4, nehmen wir die zählrichtung von rechts nach links. Nun müssen wir noch die Zahlen der Seitenketten mit angeben. Das heißt, die Ethylgruppe ist an vierter Stelle. Das heißt, 4 Ethyl. Zwischen der 4 und dem Ethyl kommt ein Bindestrich. Und die beiden Methylgruppen sind an Stelle 2 und 3. Das heißt, 2,3 Dimethyl. Immer zwischen den Wörtern und den Zahlen kommt ein Bindestrich. Wenn ihr mehrere Zahlen angeben müsst, werden diese durch ein Komma getrennt. So haben wir jetzt den vollständigen Namen dieses Moleküls erstellt. 4 Ethyl-2,3 Dimethyl-Heptan. Hier finden wir also den Präfix vorne. 4 Ethyl-2,3 Dimethyl. Welche Substituenten bzw. Seitengruppen haben wir und an welcher Stelle sind sie? Den Stamm von Heptan gibt an, dass wir sieben Kohlenstoffatome in der Hauptkette haben. Und das an ist der Suffix für das Alkan. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Bis bald.